Hey Leute, ja, ich war wieder mal in Czernarus unterwegs und zwar auf dem Server Blue Waffle Attack Force Nummer 2 und wollte mich einfach ein bisschen equipen in Mischkino im Zeltlager. Und so wie es der Zufall will, ist auch ein anderer Spieler da und erledigt mich. Aber natürlich hatte ich Glück und ja, ich sag nur, man sieht sich zweimal im Leben. Viel Spaß bei meinem Video und wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, ein Komi oder abonniert mich einfach. Ciao, bis dann. Also Leute, schaut genau hin. Die AKM mit Trommelmagazin, die Blaze mit Huntingscope, seine Sturmmaske und der Huntingbackpack. Diesen Spieler werde ich später dann nochmal sehen. Ich habe mich dann ziemlich schnell wieder equipt bei Palotor, Airfield, bei Floor Militärbase und Selenogorsk. Und ja, dann treffe ich meinen Freund wieder. Was du schaffst, was du trinkst, nicht mehr. Äh, unten im Mischkino bei die... Oh oh. Das gibt's ja nicht. Ist er noch bei dir oder was? Ja. Ach. Ich glaube. Unten im Mischkino von den kleinen Holzhäuserlern. Ja, da ist wirklich ein Spieler, scheiß mir. Äh, da ist meistens was zu essen. Oh, warte. Da läuft er. Ah, der hat mich, glaube ich, gar nicht gesehen. Hoppen. Ja, gut. Ah, der hat auch eine K. Ah, der hat eine Blazer. Geil. Ja, ich habe ihm alles ruiniert im Rucksack. Cool. Alter, das ist... Der hat mein Scope-Bomb, glaube ich. Das ist meine Belüfte.